Ja, verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, es ist erstaunlich, die gesamte Debatte heute bestätigt. Und ich bin froh, dass die Menschen da draußen sitzen und es hören können. Ihr Gang durch die Hierarchie-Ebenen hat Ihnen nicht nur Ihr Rückgrat empfehlt, sondern auch Ihren Realitätsbezug genommen. Frau Fahimi, haben Sie eigentlich gestern gehört, was ich gesagt habe? Sie führen es hier gerade an. Ein Durchschnittsverdiener mit 34.000. Wissen Sie überhaupt noch bei der Sozialdemokratie, dass mit dem 1,3-fachen dieser Herr oder diese Dame schon Spitzenverdiener ist und die Sie eigentlich dann gar nicht mehr im Fokus haben? Erklärt das vielleicht Ihre hundsmiserablen Ergebnisse? Das ist wahrscheinlich so. Und Sie, meine Damen und Herren von der FDP, Sie betreiben hier Traumabewältigung der Koalitionsverhandlungen. Und ich komme gleich dazu. Glaubwürdigkeit können Sie mit Ihren Begründungen und juristischer Ahnungslosigkeit, die unterstelle ich Ihnen mit der gestrigen Diskussion hier gar nicht an den Tag legen. Ich werde Ihnen das gleich beweisen. Und lieber Kollege Butik von der CDU, was Sie hier betreiben, ist doch nichts anderes als Klientelpolitik. Und die Wahlversprechen, damit Frau Merkel Kanzlerin bleibt, für die SPD zu finanzieren, mit Ihrer eigenen Auffassung hat das doch schon lange nichts mehr zu tun, was Sie hier betreiben. Kommen wir aber zu den Fakten. Es hätte Ihnen gestern sehr gut angestanden, meine sehr verehrten Damen und Herren von der FDP, unserem Antrag zuzustimmen und beizutreten. Sie haben hier sehr verschwurbelte Argumente gebracht. Frau Himi hat sogar ein Argument gebracht, was sich hier gleich deutlich ins Feld führen würde. Warum ist das so? Bereits im Jahre 2011 haben wir den Break-Even-Point sozusagen der Finanzierung erreicht. Solidarpakt II und entsprechend die Einnahmen aus dem Soli hielten sich in etwa mit 12,8 zu 12,7 Milliarden Euro die Waage. Bereits im Jahr 2012 kam der Moment, da hat der Soli mehr Geld in die Bundeskassen gespült, meine Damen und Herren, als er entsprechend an Kosten verursachte. Die Bundesergänzungszuweisungen, die Sie aus dem Korb I kennen und die festgelegt worden sind bis 2019, waren zu dem Zeitpunkt schon durch die Einnahmen deutlich überschritten. Der Kollege hat den Korb II genannt. Den will ich hier gar nicht nehmen. Im Klartext, seit 2012 ist der Soli ein Etikettenschwindel der besonderen Art, da der Bund seit diesem Zeitpunkt mehr Geld aus dem Soli einnimmt, als er für den Solidarpakt aufwendet. Kommen wir aber nun zu den Ausgaben und Einnahmen, die wir hatten. Es sind 17,45 Milliarden Euro im letzten Jahr gewesen. Nein, es ist keine. Berücksichtigt man dann nämlich, das kommt noch hinzu, und daran sieht man, wie die FDP irrlichtert, der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr einen Haushaltsüberschuss von 38,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Staat erzielte im Jahre 2016 einen Überschuss von 24 Milliarden Euro. Der Staat erzielte im Jahr 2015 einen Überschuss von 19 Milliarden Euro. Und ich höre jetzt auf mit den Überschüssen, denn diese drei Zahlen belegen, dass dort schon der Überschuss über den Spitzeneinnahmen vom letzten Jahr von 17,45 Milliarden lag. Meine Damen und Herren, wenn Sie Ihr sogenanntes liberales Herz hier pochen hörten, dann hätten Sie gestern unserem Antrag nämlich zustimmen müssen auf sofortige Abschaffung, denn das wäre ein Mittel zur strukturellen Haushaltssanierung in diesem Hause und nicht dazu Wahlkampfversprechen und Klientelpolitik zu betreiben. Applaus Und keines Ihrer Argumente zieht. Sie kamen dann tatsächlich mit juristischen Argumenten. Sie wollten tatsächlich, verehrter Kollege Herbrand, den Zusammenhang herstellen. Der Soli hätte tatsächlich etwas, und damit haben Sie es unterbunden, uns zuzustimmen, etwas zu tun mit dem Ende des Solidarpakt 2. Ich will Ihnen da gerne Nachhilfe geben, wenn Sie die Legaldefinition von Steuern nicht kennen und zitiere hier gerne von der Seite der Bundesregierung. Die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag aktuell sind das rund 17,45 Milliarden Euro pro Jahr, fließen ausschließlich, ausschließlich dem Bund zu. Der Soli wird unbefristet erhoben, das haben wir diskutiert, das hat das Bundesverfassungsgericht so entschieden. Die Erhebung oder die Änderung des Solis bedarf daher nicht der Zustimmung des Bundesrates. In Deutschland, das wissen Sie, gibt es keine zweckgebundene Steuer. Auch die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag sind entgegen der weit verbreiteten Annahme, offensichtlich auch bei Ihnen von der FDP, etwa auch für den Ausbau der Infrastruktur zu verwenden. Das heißt, Ihr Argument, uns gestern nicht zu folgen, zeigt recht deutlich, dass Sie hier nur um billige Scharmützel und Ihre Traumabewältigung mit der CDU und den Grünen zu betreiben, hier aufgeführt haben, um unserem Antrag nicht zuzustimmen. Das entlarvt eigentlich, was Sie wollen. Und im Übrigen, wenn Sie sich als Innovationspartei betreiben, vielleicht war der andere Grund, Sie waren einfach zu faul, was Neues zu machen. Das sollten Sie kennen. Was Sie hier heute einbringen, stand 2013 schon in Ihrem sogenannten Bürgerprogramm, mit dem Sie ja glorreich sozusagen auf die Nase gesiegelt sind bei den Bundestagswahlen. Lassen Sie uns also lieber in der Föderalismuskommission eine grundlegende Änderung des Länderfinanzhausgleichs herbeiführen, versteckte Steuern abbauen und entsprechend den Solidaritätszuschlag heute abschaffen. Sie können nach wie vor unserem Antrag entsprechend beispringen. Sie können Ihren Antrag ändern und umformulieren. Ja, das könnten Sie, wenn Sie glaubwürdig wären und was gelernt hätten, dann wären Sie glaubwürdig. Dann hätten Sie heute tatsächlich was für die Steuerzahler erreicht. Und in einem stimme ich Ihnen zu. Ihre Klientel, die mittleren, kleinen, die mittelständischen Unternehmen, die KMUs, für die sind wir auch da. Dem würde es heute helfen, wenn der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird und nicht erst in 20 Leutzeln oder wie die Regierung es will in 2021. Das sind hehre Versprechungen. Mal sehen, welche Flüchtlingskrise oder andere außergewöhnliche Belastungen wieder dazwischen kommen, damit Sie diesmal wieder Realitäts- und Vollzugsverweigerungen betreiben und der Soli vielleicht noch in 2025 besteht. Ich bedanke mich, meine Damen und Herren. Die nächste Rednerin ist für die